Hallo meine Lieben, da bin ich mal wieder und zwar zu meinem Osterkalender. Heute Mittag 8 und 9. Ich habe es gestern mal wieder voll verpeilt, beziehungsweise mir geht es momentan nicht so gut. Vielleicht hört man es auch ein bisschen, aber ich habe momentan so oft Kopfschmerzen und da bastle ich auch wenig und ja, das ist halt momentan so mein Problem. Aber heute habe ich gedacht, mache ich das Video. Vielleicht mache ich es ja auch so, dass ich immer zwei Tage mache. Mal gucken, ich weiß es noch nicht. Wie gesagt, jetzt haben wir 8 und 9. Fangen wir mit der Nummer 8 an. Und ich finde es ja voll cool, das passt ja genau hier unter mein Teil. Und es bleibt ja dann da auch stehen. Und ja, hier haben wir ein Schoko-Ei. Dann haben wir hier die Nummer 8. Das legen wir dann wieder hier dazu. Und dann haben wir, oh cool, einmal so Strasssteinchen in Viereck. Das funkelt jetzt mit dem Licht total. Aber total süß und auch vor allem in ganz verschiedenen Farben. Seht ihr das? Hier auf dem... Total cool. Dankeschön. Und dann einmal hier noch so zwei Holzelemente. Ach, das sind Knöpfe. Aber das muss man nicht als Knöpfe benutzen. Und ja, dankeschön. Das war Nummer 8. Jetzt sind wir bei Nummer 9. Und dann ist das Fach auch schon komplett leer. Also bleibt das jetzt auch da hinten stehen. Oh, mein Stuhl quietscht. Und da haben wir einmal so ein Küken-Schoko-Ding. Und hier haben wir die Nummer 9. Und da haben wir einmal diese... Bratz-Tonne. Total cool. Habe ich noch gar nicht. Dankeschön. Und einmal diese Schneeflocken. Auch total cool. Die kann man immer gebrauchen im Winter. Im Winter kommt ja immer wieder. Und die sind total cool. Dankeschön. So, das war es dann mit meinem Tag 8 und 9. Dann würde ich sagen, bis morgen. Tschüss. Tag 8 o penn Lets. Ich werde dir恩.